Hallo Freunde, herzlich willkommen aus dem Studio in Köln. Mein Name ist Christian Alexander von fototrainer.com und heute geht es im Video um ein kleines, aber sehr, sehr wichtiges Zubehör, nämlich um die passende Speicherkarte. Ganz im Speziellen natürlich um die CFexpress Typ A Karten und zwei davon habe ich heute im Test. Vor einigen Tagen hat mich die Firma Peergear angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mal ihre neuen Speicherkarten ausprobieren möchte. Genau genommen haben sie mir eine CFexpress Typ B Karte angeboten. Ich habe zu ihnen gesagt, Leute, ihr wisst vielleicht, ich bin mit Sony Kameras unterwegs, dementsprechend interessieren mich nur eure CFexpress Typ A Karten. Und nach einiger Zeit haben wir es dann geschafft, zusammenzukommen und Peergear hat mir sowohl die CFexpress Typ A Karte als auch ihren Speicherkartenleser dafür zugeschickt. Und ich habe die Karte dann im direkten Vergleich mit meiner CFexpress Typ A Karte von Sony, der 160 GB TUF Karte, die ihr hier vorne im Bild seht, wirklich getestet. Ich hatte eigentlich auch noch vor, euch die Angel Bird Karte im Vergleich zu zeigen. Die ist aber gerade im Moment nicht lieferbar. Sprich, die Lieferung hat es nicht rechtzeitig zu mir geschafft. Sonst hätte ich heute hier drei Speicherkarten im Vergleich. Aber ich habe die Karten auf mehreren Wegen getestet. Was mich natürlich immer am meisten interessiert, ist, wie so eine Karte in der Kamera performt. Deswegen habe ich das für euch ausprobiert. Selbstverständlich habe ich aber sie auch sowohl fürs Kopieren von Fotos als auch fürs Kopieren von großen Videofiles getestet. Und zwar jeweils mit den beiden unterschiedlichen Speicherkartenleser. Ihr könnt also gespannt sein. Starten möchte ich aber mit einem künstlichen Test, von dem ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, nämlich mit dem Blackmagic Speedtest. Ich habe also meinen Kartenleser von Sony angeschlossen und alle Karten nacheinander durchprobiert. Die Sony Tough-Karte hat hier erwartungsgemäß die besten Ergebnisse geliefert mit ungefähr 560 MB pro Sekunde im Lesen und mit 510 MB pro Sekunde im Schreiben. Die Peergear-Karte war hier, ja, nicht so gut. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil 340 MB im Lesen und 340 MB im Schreiben ist dann doch deutlich unter meinen Erwartungen gewesen. Und damit ihr das Ganze so ein bisschen besser einschätzen könnt, habe ich noch eine dritte Speicherkarte dazu genommen, nämlich die Sony SD-Karte aus der G-Serie, also die schnellste SD-Karte der Welt. Und hier haben wir 270 MB pro Sekunde im Lesen geschafft und 210 MB pro Sekunde im Schreiben. Bis dahin erst mal das, was ich erwartet hatte, wobei ich sagen muss, ich hätte gedacht, dass die Peergear-Karte an dem Sony-Lesegerät hier ein bisschen schneller ist. Witzigerweise hat sich hier aber mit dem Peergear-Lesegerät ein komplett anderes Ergebnis herausgestellt. Und zwar habe ich mit der Sony TUF-Karte ungefähr 540 MB pro Sekunde im Lesebetrieb erreicht, was ja nur ein kleines bisschen hinter dem Sony-Kartenlesegerät war. Im Schreiben hingegen habe ich einen deutlich besseren Wert erreicht, und zwar 610 MB pro Sekunde. Und das fand ich dann doch schon sehr erstaunlich, weil ich habe das Ganze natürlich nicht nur einmal getestet, sondern dreimal, aber dass eine Karte im Schreiben deutlich schneller ist als im Lesen, kommt ja nicht so oft vor. Und ich habe dann natürlich direkt im Anschluss noch die Peergear-Karte getestet. Und was soll ich sagen, im Schreiben wurden hier 440, 435 MB pro Sekunde erreicht, im Lesen aber über 710. Das heißt, im Lesen war wirklich die Peergear-Karte im Peergear-Lesegerät schneller als alles, was ich vorher getestet hatte. Im Schreiben war die Sony-Karte im Peergear-Lesegerät deutlich schneller. Ihr merkt schon, da steckt oft der Teufel im Detail. Und deswegen ist es auch schwer, hier eine Empfehlung auszusprechen, wenn man sich um diese Werte kümmert. Mit der SD-Karte schafft der Peergear-Lese übrigens 225 MB lesend und 195 MB schreibend. Da sind wir also ein bisschen langsamer als im Sony-Lesegerät. Jetzt ist aber der Blackmagic-Test ja ein künstlicher Test, und mich interessiert ja, wie schnell die Speicherkarte wirklich in der Praxis ist. Und deswegen habe ich 256 RAW-Fotos von meiner Speicherkarte, die ich mit der Kamera aufgenommen habe, über den Kartenleser auf den Computer kopiert. Das entspricht übrigens ungefähr 17 GB, und da ist die Sony-Karte mit 22 Sekunden Transferzeit am Sony-Lesegerät wirklich die schnellste. Die Peergear-Karte braucht ja 9 Sekunden länger, also ungefähr 31 Sekunden, während die SD-Karte deutlich abgeschlagen ist. Die braucht nämlich über eine Minute, eine Minute zwei, um genau zu sein. Stellt sich jetzt die Frage, wie sieht es mit dem Peergear-Lesegerät aus? Kriegen wir da bessere Daten? Weil Blackmagic hat das ja vermuten lassen, und ich muss schon so viel sagen, nein, tut es nicht. Die schnellste Karte ist hier mit 28,5 Sekunden wieder die Sony-Karte, ganz, ganz dicht gefolgt von der Peergear-Karte, die hier ungefähr eine Sekunde länger braucht, und die SD-Karte, die ist hier mit einer Minute und zehn Sekunden deutlicher abgeschlagen. Heißt, der Peergear-Laser ist zumindest beim Kopieren von Daten, egal welche Speicherkarte ich verwende, etwas langsamer als der Sony-Kartenleser, aber der Preis ist natürlich auch ein deutlich anderer, und da muss jeder von euch selbst entscheiden, ob es den Aufpreis für den Sony-Kartenleser wert ist. Zumindest in meiner Praxis ist das Kopieren von Bilddateien aber eher kein Problem. Wo ich regelmäßig relativ lange Zeit verbringe, ist das Kopieren von Videofiles. Weil stellt euch vor, wir sind auf dem Videodreh, wir haben wirklich drei Speicherkarten vollgemacht und müssen die dann auf den Computer kopieren, da geht wirklich Zeit verloren. Und selbstverständlich habe ich auch das für euch getestet, und zwar mit 120 Gigabyte Videofiles. Die hatte ich vorher mit der Kamera aufgenommen für ein Videoprojekt und habe sie jetzt auch hier mit den verschiedenen Kartenlesern auf meinen Computer kopiert. Auf der internen Platte von meinem MacBook Pro war übrigens genug Platz, und die ist auch ausreichend schnell, sodass man hier wirklich davon ausgehen kann, dass Speicherkarte und Kartenlesegerät in Kombination für die Geschwindigkeit verantwortlich sind. Und ich starte mal wieder mit dem Sony-Kartenlesegerät. Mit der Sony Tough-Karte habe ich hier drei Minuten und 18 Sekunden gebraucht, um die 120 Gigabyte direkt zu kopieren. Und mit der Peer Gear-Karte war ich ein bisschen langsamer, da habe ich drei Minuten und 50 Sekunden gebraucht. Insgesamt also nicht so großer Unterschied, wie ich finde. Gerade bei 120 Sekunden doch ein gutes Ergebnis für beide Karten. Stellt sich die Frage, ist der Peer Gear-Kartenleser schneller? Weil beim synthetischen Benchmark war er das ja. Und hier muss ich sagen, ja, das hat sich in der Praxis auch bewahrheitet. Nämlich die Peer Gear-Karte war im Peer Gear-Laser genauso schnell wie die Sony-Karte im Sony-Lesegerät. Also ungefähr drei Minuten 19 hat sie gebraucht, um die ganzen Daten zu kopieren. Die Sony-Karte hingegen war im Peer Gear-Laser richtig langsam. Die hat fünf Minuten und 20 Sekunden gebraucht. Heißt, die Kombination von Kartenleser und Speicherkarte, die scheint hier richtig, richtig viel auszumachen. Und ja, ich weiß, ich habe den Test an mehreren USB-Ports mehrfach hintereinander ausprobiert. Ich habe also wirklich nirgendwo ein besseres Ergebnis bekommen. Und das hat mich schon ein bisschen verwundert. Ich hätte gedacht, dass bei der CF-Express Typ A Anbindung hier die Geschwindigkeit zumindest erreicht wird. Aber ihr seht, die Kombination scheint hier wirklich eine große Rolle zu spielen. Ich hoffe, das Video hat dir bisher gefallen. Aber wenn du wirklich alles über deine Sony-Kamera lernen willst, dann gibt es meinen ultimativen Sony-Alpha-Kurs. Unter alpha.fototrainer.com findest du alle wichtigen Informationen. Guck dir die in Ruhe an. Vielleicht sehen wir uns ja bald im Kurs wieder. Jetzt kann man große Speicherkarten ja auch als Transportmedium recht gut benutzen. Und deswegen habe ich auch ausnahmsweise die andere Richtung ausprobiert. Sprich, ich habe die Video-Files vom Computer auf die Karte geschrieben. Und hier hat die Sony-Karte im Sony-Kartenleser mit 3 Minuten 56 Sekunden ziemlich gut abgeschnitten. Die Peer-Gear-Karte hat 5 Minuten und 30 Sekunden gebraucht. Das heißt, hier merkt man doch eine relativ große Diskrepanz im Schreiben. Beim Peer-Gear-Kartenleser sah es natürlich wieder anders aus. Hier hat nämlich die Peer-Gear-Karte mit 4 Minuten und 24 Sekunden die Sony-Karte mit 5 Minuten und 2 Sekunden doch recht deutlich geschlagen. Also von daher würde ich sagen, die Peer-Gear-Karte funktioniert im Peer-Gear-Kartenleser deutlich besser als im Sony-Kartenlesegerät. Und umgekehrt gilt das Ganze auch. Heißt in der Praxis, wenn ich eine Sony-Karte habe, bekomme ich die beste Leistung mit dem Sony-Kartenleser. Und mit dem Peer-Gear-Kartenleser bekomme ich die bessere Leistung mit der Peer-Gear-Karte. Ob die beiden untereinander wirklich gut funktionieren, muss man wirklich im Einzelfall ausprobieren. Und das macht es natürlich schwer, auch hier eine Empfehlung auszusprechen. Aber ich habe noch einen Test, der in der Praxis für mich eigentlich noch wichtiger ist. Nämlich, wie gut performt die Karte in meiner Kamera? Also wie viele Serienbilder kann ich machen? Und das Szenario ist natürlich nicht, dass ich jetzt hier ellenlang Fotos mache. Das habe ich jetzt für den Test so gemacht. Aber die Besonderheit ist ja, immer wenn der Puffer meiner Kamera voll ist und ich den schneller leeren kann, dann ist das für mich wichtig, weil sonst verpasse ich zum Beispiel in der Tierfotografie so diesen kleinen Moment, wenn meine Kamera auf einmal stockt. Und das möchte ich natürlich ungern haben. Das möchte ich so gut wie möglich vermeiden. Ich habe also beide Speicherkarten in die Kamera gelegt, frisch formatiert und einfach mal den Serienbildmodus angeschmissen. Was ist passiert? Im Dauerfeuermodus Compressed Raw mit meiner Kamera konnte ich mit der SD-Karte 114 Bilder in Folge schießen, bevor die Kamera kurz langsamer wurde, um dann trotzdem mit niedriger Frequenz weiter zu fotografieren. Bei der Peergear-Karte habe ich 256 Fotos geschafft, bevor das erste Mal die Kamera langsamer wurde. Und mit der Sony Tuff-Karte habe ich 1115 Fotos geschafft, bevor wir einen ganz kurzen Einbruch in der Serienbildgeschwindigkeit hatten. Die Kamera war dann aber sofort wieder auf voller Geschwindigkeit. Und mir ist schon klar, dass die wenigsten 1000 Serienbilder indirekt auf Folge schießen. Aber nochmal, das Leeren des Puffers in der Kamera gehört natürlich dazu. Und wenn jetzt meine Kamera stockt, nachdem ich viele kleine Serienbilder hintereinander gemacht habe, dann habe ich mit einer schnelleren Karte hier eindeutig einen Vorteil. Ich bin aber auch ganz ehrlich zu euch, für die meisten Fälle wird die günstigere Peergear-Karte hier mit Sicherheit den Job genauso gut machen. Weil diese letzten 10%, die, die man nur ganz, ganz selten braucht, die habt ihr mit der Sony Tuff-Karte. Die Frage ist, ist es euch den Aufpreis wert? Und in den meisten Fällen werdet ihr nie in diesen Bereich kommen. Von daher kann man sagen, ja, die Peergear-Karte ist hier ein echter Preistipp. Was ich heute noch nicht sagen kann, ist, wie sieht es denn mit der Langzeit-Nutzbarkeit aus? Also, wie gut hält diese Speicherkarte, wenn man sie immer und immer und immer und immer wieder beschreibt? Ich hatte hier bei meinem Test gar keine Probleme, aber ich habe sie auch noch nicht so lange im Einsatz, dass ich sagen könnte, ja, darauf könnte man ableiten, ob diese Speicherkarte qualitativ hochwertig ist oder nicht. Ich persönlich kann das über die Sony-Karten sagen, die benutze ich schon sehr lange. Und da hatte ich bisher so gut wie keine Fehler. Keine meiner Tuff-Karten hat jemals einen Aussetzer gehabt. Und das gilt sowohl für die SD-Karten als auch für die CF-Express-Typ-A-Karten. Also da bin ich immer gut mit gefahren. Mit der Peergear-Karte werde ich das in Zukunft sehen. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich hier keine Videoaufnahme getestet habe, ganz einfach, beide CF-Express-Typ-A-Karten sind für alle Videoformate, die diese Kamera aufnehmen kann, mehr als geeignet. Das heißt, hier gibt es keine Limitierung, die Karte läuft durch, sie nimmt lange am Stück auf. Wenn ihr es also nur für Video braucht, dann werdet ihr mit Sicherheit mit der günstigen CF-Express-Typ-A-Karte richtig gut fahren. Und wenn ihr sogar auf All-Intra verzichten könnt, dann könnt ihr ja alle Formate bei Sony auch auf eine schnelle SD-Karte aufnehmen. Das mache ich in meiner Praxis immer. Ich nehme meistens kein All-Intra auf, dementsprechend reicht mir die SD-Karte. Und da tut es sogar das langsamere Modell. Habe ich schon seit einigen Jahren im Einsatz und arbeite super, super zuverlässig. Was mich natürlich jetzt zum Abschluss brennend interessiert ist, wie seht ihr denn das ganze Thema Speicherkarten? Sind die Speicherkarten zu teuer? Sind die zu günstig? Findet ihr es gut, dass es hier hochwertige Karten gibt? Und welchen Kartenleser verwendet ihr eigentlich? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Und ich weiß, sorry, heute war es ein sehr textlastiges Video. Ich habe euch wenig gezeigt, aber Auslöser drücken und Serienbild machen ist jetzt nun wirklich keine Besonderheit. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Wenn euch aber auch solche Themen interessieren, dann weiß ich nämlich, ob es zukünftig auch weitere solche Videos geben wird. Und wenn ihr schon dabei seid, vergesst nicht den Daumen nach oben und natürlich die Glocke zum Abonnieren, damit ihr auch zukünftig kein Video mehr verpasst. Ich bin jetzt raus, gehe noch eine Runde fotografieren und ich hoffe, wir sehen uns in Kürze. Ich bin jetzt raus, ich bin jetzt raus.